ja hallo und servus ich hoffe ihr könnt mich hören und auch sehen ja genau und so ein thema ist immer wieder diese dosierung eben bezüglich des tornadors oder auch ganz normal in der sprühflasche und zwar könnt ihr da zum beispiel sehen wenn ihr da die videos habt ganz bekannt dieses auto innenreinigungs video die dosierung ist immer so ein so eine sache es kommt immer darauf an wie ihr den reiniger benutzen wollt das heißt ihr habt zwar auf dem green star zum beispiel also den den ich jetzt nicht drin habe sondern ich glaube da habe ich jetzt das fabric clean drin aber im green star ist diese dosierungsempfehlung drin für ich glaube grobe verschmutzungen wenn man was entfetten will oder einfach nur für milde sachen da gibt es jetzt keine fixe dosierung das heißt ihr müsst jetzt nicht 1 zu 10 1 zu 20 1 zu 30 nehmen das kommt immer darauf an generell im detailing würde ich immer mich von mild zu grob arbeiten weil nachmischen kann man ja immer und das ist einfach da ihr einfach damit auf der sicheren seite seid wenn ihr jetzt empfindliche textilien oder so habt ich habe mir da jetzt extra eh schon wegen dem thema was hingelegt und zwar diese sprühflaschen und zwar haben die je nachdem natürlich immer wieder diese dieser linie neben wie viel da drinnen ist und bei dem sogar auch dieses mischungs verhältnisse also wenn ihr jetzt auffüllen würde dann würde die 1 zu 9 haben eben das mit green star auffüllen und dann hier bis zu der linie halt mit wasser ich habe die frage ziemlich oft bekommen wenn ein mischungsverhältnis eins zu eins ist ja klar ein ein teil reiniger ein teil wasser das heißt eben jetzt sagen wir mal 100 milliliter 50 milliliter reiniger und 50 milliliter wasser und bei 1 zu 10 natürlich 10 also ein ein teil reiniger und 10 teile wasser also ganz einfache geschichte ja wenn man von wenn man sich von mild zu grob arbeitet ist das eigentlich alles kein problem endverbraucher naja ja koch chemie ist eben so eine sache bei koch chemie gibt sehr meist also gibt es ja dieser dieser consumer linie diese endverbraucher linie und die gewerbliche linie ihr könnt die gewerblichen produkte auch so bekommen genauso wie die normalen endverbraucher produkte bei manchen produkten sind die gewerbeprodukte ein bisschen schärfer konzentriert auto pro firm mäßig gibt es ja dieses fresh up von koch chemie was ich auch in videos gezeigt habe das ist einfach so ein ding das dass sie halt pur in den innenraum sprüht besonders wenn die textilien habt oder einen dach himmel wo jetzt die wo jetzt die gerüche festsitzen kann man das nehmen um das bis zu einem gewissen grad zu neutralisieren das heißt wenn ihr die ganze bude voll geraucht habt oder ihr irgendwie was verschimmelt habt lassen dann geht das natürlich nicht da muss man zuerst natürlich alle festen verunreinigungen weg und am besten nass reinigen und danach kann man das ding da drauf sprühen die meisten auto farfums die ihr seht auch im internet die ganzen videos sehe ich da wenn gesagt wird gerüche werden neutralisiert und gehen komplett weg das geht nur zu einem gewissen grad also wenn da jetzt eine milch im teppich ist und die vergammelt schon ja und ihr sprüht nur das parfum darüber dann wird sich der geruch natürlich nicht weg halten da werdet ihr das nur übertünchen und das wird dann wieder kommen also sollte man immer von von unten sich nach oben arbeiten also zuerst die gröbsten sachen natürlich weg reinigen langzeiterfahrung m54 warnos ja sehr interessantes thema also bmw und warnos besonders eben einzel und doppel waren es bei den sechs zylindern beziehen es immer ein thema und mich fragen manchmal die leute so ja ich habe dieses problem anfahrtschwäche oder dieses plötzliche losziehen ab ich glaube 2.000 bis 3.000 touren ist das es ist wirklich sehr häufig die warnos weil einfach die ringe nach manchen berichten sogar schon nach 50 60 70 tausend kilometer schon leicht undicht werden kann man sich jetzt so gar nicht vor gar nicht gar nicht so heftig vorstellen wenn man das ganze mal auseinander hat man sieht jetzt die kolben und die ja recht spärlichen ringe eigentlich dass das so einen großen effekt hat aber wenn man sich die verstellwerte anschaut oder auch diesen diesen warnos test hat den man mit mit inter machen kann dann macht das schon was aus also nach der reparatur direkt nach der reparatur merkt man dass es noch nicht ganz den gewünschten effekt hat weil ich das ganze natürlich auch einfahren muss aber nach diesen ich weiß jetzt nicht mehr genau 100 200 kilometern ist es einfach ganz deutlich das ist jetzt nicht nur ein subjektives gefühl sondern man merkt dass die nockenverstellung einfach sanfter und auch im unteren drehzahlbereich einfach funktioniert also das anfangen ist einfach viel stärker gewesen da merkt man einfach den unterschied was was es macht wie diese diese ventilüberlappung und die nockenwellenverstellung was das da macht alpha 147 1,9 jtd witzig dass man alpha anspricht ich habe nämlich vor dem e46 sehr lange überlegt mir einen 156 alpha zu nehmen zwar keinen diesel sondern eben den zweieinhalb liter v6 busso oder eben den zwei liter twin spark ist dann einfach ins wasser gefallen zum 147 habe ich jetzt nichts genaues von den erfahrungen her generell zur wahl des autos kommt ja immer darauf an was man haben will ja also man kann nicht sagen diese autos sind schlecht oder diese autos sind super jeder sollte solche autos fahren es kommt wirklich immer darauf an was für bedürfnisse ihr habt also wenn jetzt ein sportlicher typ seid oder wenn ihr ein komfortabler typ seid oder ihr legt großen wert auf so gadgets oder elektronische sachen die ihr drin habt im auto oder ihr sagt ihr wollt ein auto was alle bodenunebenheiten weg bügelt oder was weiß ich jeder hat seine individuellen ansprüche und bei also bei alpha war bei mir immer dieser reiz also jetzt nicht nur das design weil ja einfach oft mit diesen italienischen design häusern zusammenarbeitet sondern man hat man hat eben je nach hersteller wenn ihr das kennt weil auch vor die frage gestellt worden ist was mein erstes auto war oder das vorige auto das war ein alter ej 9 civic ja es kann man natürlich sagen klischeehaft aber das auto hat mir persönlich sehr viel spaß bereitet es war auf keinen fall sehr komfortabel oder auf keinen fall sehr ja sehr schnell das ding hat 90 ps gehabt dieser dieser d14 motor war ja drin war kein besonders sportlicher motor aber das ganze hat einfach miteinander harmoniert das war so ein nacktes fahrgefühl das auto ist einfach gebaut worden um es zu um es hart zu benutzen also man merkt einfach auch bei manchen autos welche gestreichelt werden wollen oder manche die einfach hart benutzt werden können weil es pro bilberry felgenreiniger und welchen mischungsverhältnis sollte man das benutzen bei leicht mittel stark verschmutzen felgen ja baby bilberry felgenreiniger ist ja voll im trend jetzt noch immer oder eine kurze zeit vor dem video im voll im trend ehrlich gesagt muss ich sagen der bilberry felgenreiniger hat mich jetzt nicht so vom hocker gehauen also der felgenreiniger selbst eben wie gesagt es kommt immer darauf an was ihr haben wollt was mich wirklich positiv überrascht beim bilberry ist eben man hat diesen stechenden stinkenden geruch nicht dabei den man ja bei fast allen felgenreinigern hat der riecht echt angenehm nach was weiß ich irgendwelchen bären und man kann ihn eben verdünnen was auch praktisch ist aber ich würde ihn jetzt persönlich nicht bei wirklich sehr hartnäckig verschmutzten felgen verwenden da er einerseits etwas flüssiger ist das heißt ich denke dass die haftung bei bei bisschen bisschen gelehrt artigen felgenreinigern einfach besser ist ich würde sagen der bilberry reiniger ist jetzt wenn ihr öfters eure felgenreinigt und diese auch nur mild reinigen müsst dann sehe ich da den anwendungsbereich von bilberry also ihr könnt ihn da auch einfach mild anmischen ich denke der kann auch als flughaus entfernen entfernt werden was natürlich eben vorteilhaft wäre weil man ja eben mischen kann aber eben für wirklich grob verschmutzte felgen wo man vielleicht eben mechanisch auch herangehen muss mit einer bürste würde ich einen anderen reinigen baumharz entfernung ja also da habe ich eh auch ein video moment das muss bei den sieben todsünden der autopflege sein und zwar dieses hier und zwar habe ich da eh auch den eulex drauf verwendet ich hoffe ja genau hier seht ihr hier diesen hartigen fleck und ich bin da glaube ich bin da mit dem eulex drüber gegangen und das ganze hat sich aufgelöst weil diesen hartz fleck muss ich ehrlich sagen versucht es da nicht einmal mit sehr milden reinigern oder mit mit irgendwie das abzuknubeln wenn ein hartz vielleicht wirklich schon so eingetrocknet ist dass er ja schon tagelang in das in der sonne war und dann wieder abgekühlt ist da müsst ihr mit einem lösungsmittel ran oder eben noch falsch mit der lacknähte was natürlich auch gehen würde aber mit dem eulex habe ich eben schon sehr gute erfahrungen gemacht das zeug stinkt so wie die hölle und ihr müsst das draußen machen weil das so abdampft also dann muss ich echt euch muss ich euch echt vorwarnen aber es ist ein echt starkes lösungsmittel und wenn ihr da vorsichtig damit umgeht dann klappt das auch 46 sound rausholen ja die 46 fahrer werden es wahrscheinlich eh schon wissen es ist nicht so einfach einen wirklich großen sound rauszuholen natürlich müsst ihr dazu schauen wo ihr da wohnt und wie die regelungen in tüv oder mit dem mit der mit der pickerstelle ist was natürlich erlaubt ist was man eintragen kann aber weil ja die 46 die doppelflutige anlage hat eben und die zwei cuts und den mittel und end schalldämpfer ist es eben nicht so leicht nur den end schalldämpfer zu wechseln bringt was ja ist klar aber ihr könnt euch da die videos anhören im internet so viel holt der end schalldämpfer nicht raus also da müsste man wenn dann an die komplette anlage gehen benutzt du ein obd2 diagnose gerät gute frage und zwar ist das echt ein wichtiges thema weil eben so viele fragen kommen ich habe dies und das problem heutzutage sind die autos so miteinander vernetzt also jetzt nicht auto mit auto sondern eben auch die geräte oder steuerungen untereinander und wenn man jetzt irgendwie einen fehler hat oder ein gerät verhält sich jetzt fehlerhaft dann kommuniziert natürlich das jeweilige steuergerät mit dem und legt dann auch eventuell einen fehler was häufig passiert das heißt die erste anlaufstelle wenn ihr einen fehler sucht besonders bei elektronischen sachen und elektrischen sachen dann ist es den fehler speicher auszulösen natürlich kann man fehler haben die 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 das ablegen des fehlers nicht auslösen da spielt eben dann eine häufigkeit und wie oft der fehler kommt eine rolle aber ich würde euch empfehlen es gibt ja zwei verschiedene arten da habe ich jetzt auch ein video dazu und zwar gibt es diese generischen lasergeräte also generischen obd2 geräte so eines wie da war es gerade vorher genau wie dieses hier ja findet jetzt die die abgas relevanten fehler die jetzt abgelegt sind also es gibt ja immer verschiedene fehler kategorien und je nachdem muss man schauen welches gerät oder welche software auch wirklich alle fehler auslesen kann es hat natürlich ein grund wieso die werkstätten ihre eigenen oder halt die etwas größeren geräte hat das ist jetzt so ein generisches oder bei bmw wäre es natürlich diese inpa software die man hier sieht womit man im prinzip praktisch alle notwendigen sachen auslesen kann also bei vw ist es wieder was anderes und bei mercedes ist es wieder eine andere geschichte schaut einfach am besten herstellerspezifisch und auch ganz wichtig baujahr spezifisch wenn ihr besonders alte fahrzeuge habt da könnt ihr nicht einfach mit obd2 hingehen wenn jetzt 1 aus den 80ern habt und ihr habt noch nicht einen genormte obd-schnittstelle dann müsst ihr da andere lösungen finden ich habe leider wasser im inneren eines frontscheinwerpers muss ich komplett ausbauen versuchen zu trocknen ja wenn ein scheinwerfer undicht wird ist es so eine sache wenn ihr die temporär trocknen wollt es ist bei xenon eine andere sache wenn ihr halogen habt und es ist undicht dann werdet ihr meist merken sind sie wenn ihr das halogen licht einschaltet dann trocknet natürlich die hitze die feuchtigkeit aber auf längere sicht und auch ganz tief relevant und picker relevant ist es dass sie eben dicht sind das heißt manchmal kann man die dichtungen von den scheinwerfern also von den von den streuscheiben eben wechseln manchmal sieht man lösungen womit silikon nachgepusht worden ist aber bei manchen scheinwerfern ist es eben leider so dass man die im ganzen kaufen muss aber häufig ist es so dass sie die dichtungen noch alleine bekommt sollte man vor dem auftragen eines felgenreinigers mit der hochdruck lanze drüber gehen oder doch besser auf eine trockene felge ja also wenn ihr jetzt wirklich so staubige felgen habt also dass der dass der dreck schon so dick drauf ist ja dass sie den mit dem mit dem finger sozusagen weg bürsten könnt dann würde ich zuerst mit der lanze drüber gehen weil wenn der felgenreiniger drauf gesprüht wird und ihr tut die felge jetzt nicht ein tunken in den innen reiniger finde ich oder denke ich mir dass der reiniger nicht so gut einwirken kann bei einer nassen felge ist es natürlich so wenn ihr einen dünneren felgenreiniger habt dann fließt er auch schneller ab aber die beste methode bei wirklich sehr stark verdreckten felgen ist einfach mechanisch anzugehen also jetzt nicht irgendwie mit mit einer drahtbürste tragen gehen sondern es gibt ja diese felgenbürsten die dann oben auch abgedeckt sind mit so einem kunststoff dippel dass ihr euch die felgen nicht zerkratzt und wenn ihr den felgenreiniger drauf gesprüht habt und das nur ein bisschen bearbeitet merkt ihr dass das einen riesen unterschied macht also das alleinige auftragen und abspülen mit dem mit dem mit der lanze geht zwar auch aber es macht wirklich einen großen unterschied wenn ihr da mit der böse noch dran geht und zwar auch ein großes thema und das thema polieren weil oft gefragt wird wie grob man bei einem auto polieren muss oder gesagt wird ja ich habe jetzt ein drei jahre altes auto wie poliere ich den wie gesagt beim detailing ist das immer eine sehr sehr individuelle geschichte es kommt wirklich immer darauf an wie euer lack im zustand ist aber auch was für einen lack gehabt das heißt von fahrzeug zu fahrzeug kann das verschieden sein je nach hersteller oder vorgeschichte und zwar und zwar um das zu verdeutlichen habe ich jetzt hier diese paint datei schnell aufgelegt und zwar wenn man sich vorstellt wenn ihr jetzt hier den zeiger sieht man jetzt nicht so gut aber wenn jetzt hier unten das blech habt und dann habt ihr auf dem blech nicht direkt die farbe sondern ihr habt meistens hier eine grundierung und ein füller hier einen basis lack also je nachdem was für eine farbe ihr habt irgendeine metallik farbe die hat dann hier solche metallic flakes drinnen und dann zum schluss der klar lack und die sache ist eben die das ziel vom polieren ist es ja einen höheren glanz zu bekommen das heißt es spielt eine große rolle wie das licht eben reflektiert wird und das passiert natürlich am besten wenn die fläche ganz gerade und eben ist aber ist es ja nicht in der realität das heißt ihr habt hier verschiedene unebenheiten je nachdem waschstraßen kratzer was weiß ich irgendwelche kleinen schläge drinnen die natürlich das licht verstreuen und das sinn des polieren ist es mit einer schleifpolitur oder mit einer glanzpolitur das ist wurscht wie die heißen ist die weißen polituren sind ja abrasiv das heißt es wird material abgetragen diese unebenheiten möglichst zu glätten und sozusagen eine neue oberfläche darunter zu schaffen das heißt man man schleift sich sozusagen den klar lack so zu dass es wieder eine glatte fläche ist wie grob und wie tief man polieren muss also wie tief wie weit man polieren muss ist eben die die frage einerseits eben wie weit man sich also wie weit es notwendig ist weil wie gesagt es immer mehr sinn macht sich von mild zu grob zu arbeiten und aber auch wie hart oder wie weich ein lack ist das heißt manchmal merkt man man geht jetzt mit irgendeiner groben schleifpolitur drüber und merkt bei dem einen auto dass man nach einem durchgang schon fast alle groben kratzer rausbekommen hat und beim anderen zum beispiel fast gar nichts also krasses beispiel sind natürlich die deutschen lacke bmw und mercedes ist ja dafür bekannt dass es etwas härtere klarlacke sind besonders gab es diese technologie bei mercedes diese keramiklacke oder sowas gab die kratzfest sein sollen also bis zu einem gewissen grad kratzfest wo es natürlich viel schwerer ist die sachen wieder auszupolieren natürlich bekommt man schwerer kratzer hinein aber natürlich sind sie auch wieder schwerer rauszubekommen das heißt am besten wäre es natürlich wenn man mit einer sehr feinen politur mal drüber geht einen durchgang macht und schaut wie weit man durchgekommen ist meistens also bei autos die jetzt sagen wir mal fünf sechs sieben acht neun jahre alt sind kann man mit einer heavy karte zum beispiel bei koch chemis drüber gehen und ja man man schaut wo man von dort aus weiter geht weil jetzt wenn man zum beispiel da hat die jetzt schon mal zum beispiel mit den fingernagels spürbar sind man auf jeden fall nicht mit irgendeiner anti hologram politur rausbekommt also das wäre natürlich völlig fehl am platz aber wenn man noch nicht die erfahrung hat dann auf jeden fall von fein zu grob arbeiten weil das schlimmste wäre wenn ihr euch mit irgendeiner schleif politur über eine kante poliert und ihr habt einen rotationspolierer und dann wenn ihr da zu weit geht oder es zu heiß wird dann könnt ihr euch durch den lack brennen durch den durch den lack polieren und das ist dann natürlich nicht rück rückstellbar ölwechsel intervall ja auch ein großes thema es gibt ja diese videos sind ja macht auch diese kommentare von diesen einen video wenn ihr das kennt mit ölwechsel überflüssig also wer das noch nicht kennt das ist so ein video wo seine lifetime sein lifetime öl in ein auto rein geben reingemacht wird und ich glaube ein zusatz filter wird also sein so ein neben strom filter wird installiert und dann sagt man dass das öl nie wieder raus muss ja in der theorie ist ein öl natürlich länger im motor überlebbar ja sagen wir mal so als vielleicht die jährliche ölwechsel also es man bekommt jetzt keinen motorschaden wenn man das öl jetzt statt einem zwei jahre drin hat besonders wenn es jetzt long life öle sind die dafür ausgelegt sind aber die sache ist die man hat in einem motor nie laborbedingungen und das ganze geschieht immer individuell das heißt ihr selber wisst wie euer motor drauf ist wie gesund euer motor ist oder was für bedürfnisse oder was für zuständige motor hat das hat das heißt ein motor mit 300.000 kilometern drauf wird sich natürlich ganz anders verhalten mit dem öl als ein fabriksfisch fabriksfischer motor ja das sieht man auch oft ja wenn jetzt ein alter motor ein neues öl bekommt dass das einfach anders belastet wird auch von den blow-by-gasen und dann wenn jetzt noch irgendwie ein kurz kurzstreckenverkehr dazu kommt oder das öl auch thermisch sehr sehr hoch belastet wird dann ist das eine ganz andere sache ja also ich bin jetzt kein ölchemiker oder sowas aber ein öl komplett lebenslang drin zu lassen 100.000 kilometer das würde ich einfach nicht machen ja man merkt auch selber was für eine reinigende wirkung das öl hat wenn man das öl öfters wechselt ein thema ist ja bei 46 immer dieser ölverbrauch also jetzt nicht nur beim 46 sondern generell wenn ihr motoren habt die öl verbrauchen oder öl verlieren da muss man ja auch unterscheiden das kann das kann natürlich verschiedene gründe haben wenn ihr zum beispiel durch die vendilschaft dichtungen was verliert wenn das da durchgesaugt wird oder eben durch die kolbenringe durchgedrückt wird kann das verschiedene gründe haben und was eben das beeinflussen kann sind zum beispiel steckende kolbenringe wenn ihr einen kolben habt also wenn ich da ein bild finde wo ist jetzt der browser genau und ihr habt jetzt hoffentlich sieht man da irgendwo motor kolben ja so ungefähr jedenfalls hatte hier die kolben nuten und hier verschiedene ringe drinnen für verschiedene zwecke geben um die kompression so aufzubauen den ölabscherung ring um das öl von den wänden runter zu kratzen und wenn jetzt diese nuten hier das hat ja alles eine gewisse toleranz oder alles einen gewissen raum und wenn ihr da aber viele verkocken drin habt ja dann können diese ringe einfach schwergängiger sein und einfach drinnen stecken und wenn das so verkockt ist hier da gibt es manchmal horror bilder wo das ganze hier so verdreckt ist dass die ringe einfach ihre arbeit nicht mehr machen können dann kann das natürlich zu kompressionsverlust oder auch zu ölverbrauch führen also wenn wenn da jetzt die das öl im also wenn wenn die ölabscherung einfach ihren dienst nicht mehr tun dann kann das öl einfach in den brennraum gedrückt werden und ihr habt dadurch auch den ölverbrauch es muss nicht dieser grund sein es kann viele gründe haben diese ringe können auch verschleißen genauso wie die hohnen auf den zylinder wenden oder eure oder eure ventilschaft dichtungen sind einfach hin oder auch ein großes thema eure kge ist einfach dicht oder oder so dann könnt ihr da auch einen ölverbrauch haben also das kommt immer darauf an es ist wirklich ein großes thema besonders eben bei den m 54 aber meistens lässt sich alles finden und auch lösen richtig aber alle fünf jahre finde ich deutlich zu wenig die additive verlieren ihre wirkung richtig ja also die das öl besteht ja nicht nur aus öl sondern hat ja auch ein riesiges additiv paket drinnen eben wie gesagt wie ich auch im video erwähnt habe zum thema öl das ist ja ein riesiges thema es gibt die eigene eigene wissenschaften darüber und zwar habe ich hier dieses diesen dreiteiligen block da gemacht habt ihr natürlich verschiedene additive jetzt lasse ich mal das laden wie zum beispiel eben reinigende additive oder additive die die visikosität beeinflussen ja genau anti schaum vi verbesserer korrosionsschutz verschleißschutz pop an depressions also all diese dinge die gehören ja nicht zum grundöl selber die werden ja bei bei gemengt und diese diese additive werden ja auch belastet und verbrauchen sich ja auch das deswegen kann man jetzt auch nicht pauschal sagen dass man ein öl einfach nur drin lässt und dass wir am ersten tag die aufgabe erfüllt also das glaube ich weniger und das wichtigste ist eben nicht darauf zu warten bis ihr wirklich alle probleme habt sondern dass die basics einfach passen ja also ich sehe da die kennt das sicher wenn leute anfangen ihr ihren wagen zu tunen also leistungsmäßig aber die basics nicht passen und mit basics meine ich eben dass der motor sagen wir mal so im serienzustand schon gesund ist das heißt die kerzen die keine falsch luftlecks drin sind die filter passen auch kraftstofffilter öl luft das jetzt dass ihr nicht viele verkorkungen habt oder lambda sonden das sind alles so themen die ich zu diesen grundlagen zähle und wo ich sage es hat in meinen augen noch keinen sinn wenn wenn die basics nicht passen und dann aber schon versucht wird irgendwo anders leistung rauszuholen also ich kann euch echt empfehlen zuerst auf diese grundlagen zu achten dass euer motor mal technisch tipptopp ist und dann wenn der bedarf eben besteht zu schauen was man ändern kann weil das blöde wäre eben wenn ihr euch irgendwas verbaut oder wenn ihr euch irgendwas optimieren lässt und euch dann irgendwie was anderes rein pfeift eben wie gesagt irgendwelche technischen probleme wo das ganze dann für die katz ist hatte 46 viele technische probleme und welchen 46 wieder man sich nehmen ja es ist leider die bittere wahrheit die 46 hat ein paar wehwehchen die man sich anschauen muss und im auge behalten muss man kann natürlich das drum einfach nur fahren aber um jetzt nur einfach ein paar beispiele zu nennen die vorderachse muss gut im auge behalten werden die vorderachskonstruktion besonders das querlenkerlager also diese berühmt berichteten hydrolager sind immer ein thema dann eben ölverbrauch und ölverlust auch ein großes thema wie gesagt ölfiltergehäusedichtung ventildeckeldichtung ölwanne und ganz besonders auch der simmering wenn es zwischen getriebe und motor tropft sind große themen dann eben die warnos was eben jetzt nicht tödlich ist für motor aber auch ein thema was sich angeschaut werden muss ja und dann halt die standard themen wie eben die dass das riemensystem die zusatzaggregate elektrische probleme sind mir jetzt weniger zu augen gekommen aber es gibt eben so dinge wo was man einfach im auge behalten muss natürlich hat jedes auto irgendwie seine charakteristischen wehwehchen aber beim 46 muss man die natürlich besonders im alter im auge behalten ja eben wie gesagt wasserpumpe muss man das kühlkreislauf ja auch ein großes thema wer das video von mir kennt der ausgleichsbehälter ist natürlich aus kunststoff und der ist einfach prädestiniert dafür dass der dann einfach mit den jahren einfach risse bildet und dann verliert er im schlimmsten fall auf der autobahn euer kühlwasser und wenn er da nicht schnell genug agiert dann verzieht euch einfach den kopf und die dichtung und das will man nicht haben also kühlsystem genau so ein thema blähkühler wenn dann unten schon das smiley unter dem kühler hervorschaut dann ist es allerhöchste zeit ich würde euch sehr gerne bitten irgendwie ein feedback dazu lassen falls euch das so ein stream gefällt was ich vielleicht bei dem nächsten stream ob ich einen nächsten stream machen soll was ich da behandeln soll oder falls sie vielleicht live mal irgendwo bei einer reparatur oder bei einer fahrt dabei sein wollt viele sagen ja von euch die qualität und die videos gefallen euch wieso hast du nicht irgendwie mehr aufmerksamkeit oder sowas ja youtube ist so ein system und so ein algorithmus der ist abhängig davon wie ihr mit den videos und wie ihr mit dem kanal interagiert also wenn ihr feedback da lassen wollt oder fragen wie gesagt keine frage ist zu dumm dann lasst ihr als kommentar darunter vielleicht könnt ihr euch selber auch die fragen beantworten das ist natürlich doppelt gut oder gebt ein daumen rauf wenn es euch gefallen hat daumen runter wenn es euch nicht gefallen hat und ich würde mich natürlich freuen ein feedback zu bekommen was euch nicht gefallen hat je nachdem wenn die interaktion mehr wird dann geht der kanal natürlich auch in die höhe und das wird mir und euch natürlich auch helfen dann kann ich einfach schauen was ich mit den videos machen kann ja porsche 944 habe ich mir auch ein paar mal angeschaut muss man natürlich bei der wahl des autos weil eben viele sich fragen ja was nimmt man sich als auto was liegt im budget muss man sich immer fragen wie viel man sich wie viel man nachher noch rein investieren muss also das war auch in manchen anderen videos wird da die empfehlung gegeben wenn ihr euch dieses auto kaufen wollten das kostet zum beispiel 50 50.000 und ich habe vielleicht 55.000 in der tasche dann ist es keine gute idee in den wagen zu nehmen besonders wenn es ein bisschen ein bisschen älterer wagen ist weil einfach die erhaltungskosten der große punkt ist zum beispiel der 46 die werden ja gehandelt je nachdem von drei bis 10.000 euro je nachdem welche motorisierung cabrio was weiß ich berechnet wirklich damit was reinstecken zu müssen ja besonders wenn ihr bei der fahrt bei der probefahrt merkt okay da könnte noch was sein da könnte noch was sein es gibt immer punkte die ich überraschen können und ich würde euch echt empfehlen entweder ein bisschen mehr auf die seite zu legen oder einfach in einer preisklasse zu suchen wo ihr sagen könnt okay ihr habt genug monetären also liquiditätspuffer dass ihr einfach nachher auf der sicheren seite seid wenn euch irgendwelche reparaturen überraschen würden ja und wenn man sich besonders eben sondern 944 924 oder was wir sich ähnliches nimmt dann muss man immer damit rechnen nicht einen fabriks neuen wagen zu bekommen und was reinstecken zu müssen natürlich klasse auto klasse konzept eben trans excel und porsche dna ja aber natürlich auch immer eine frage des budgets ist klar wirklich ein herzliches dankeschön dass ihr so zahlreich gekommen seid und auch die fragen reingeschrieben habt wie gesagt ich würde mich freuen wie gesagt ich würde mich freuen wenn ihr feedback hinterlassen würdet und ja okay na gut ich wünsche euch einen schönen abend ich hoffe ihr habt noch einen ein gutes wochenende ende und was bleibt noch zu sagen als tschüss und bis zum nächsten mal